Ich kann empfehlen, ins Ausland zu gehen, weil es einfach eine unvergessliche Erfahrung ist, die man da sammelt. Es ist einfach unglaublich, wie sehr man sich selbst entwickelt, wie sehr man selbst dazu wächst, wie viele Menschen man kennenlernt und es ist eine Erfahrung, die man mit keinem Geld bezahlen kann. Es ist wirklich unvergesslich und wenn man die Chance hat, so etwas zu machen, unbedingt machen.